Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes Teleskoper TSO-PTICS Neptune Spiegel Teleskop. Ob zur Dokumentation, für Schulungen, oder einfach als Arbeitserleichterung, mit Digitalkamera haben Sie ein gestochen scharfes Livebild jederzeit am Bildschirm und können alle Kameraparameter bequem per Software steuern. Auflösung 2592 X1944 bis zu 52 Bilder pro Sekunde 15 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 1280 x 960 1, 2, 5 CMOS, Rolling Shooter CCS Mount Gewicht 70 G Abmessungen 36 x 36 x 25 mm inklusive Dieses Video ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU durch Werbung und Links zu Amazon Amazon Deutschland Für weitere Details und eine sehr viel auf Amazon Deutschland klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten Danke fürs Zuschauen 44 x 49 45 x 49 40我们 50 Knife 50 50 50 50 50 50 51 51 Why Nas 52 52 Vielen Dank.